. Wow! Was hast du für ein heißes Outfit an? Das passt mich mir auch. Mega! Schön, da müssen wir aufpassen, dass da nichts rausfällt. Was meinst du denn so, wie du unter Wasser bist? Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor dem heutigen Shooting. Ich habe keine Taucherfahrung. Also, klar, so am Strand schwimme ich mal, aber tauchen habe ich jetzt nie aktiv gemacht. Ja, ja. Ich habe es auch nur bis zum Seepferdchen geschafft. Das größte Geheimnis zu diesem ist, dass deine Fähigkeiten dich verletzen. Was das bedeutet, ist, wenn du panischst, kannst du nichts machen. Du benutzt all deine oxygen und du bekommst nicht so viele Fräume. Also, die wichtigste Sache ist, dass du dich relaxierst. Okay, bist du bereit? Ja, ja. Lass uns rein. Okay, folgen mich hierher. Seid ihr Schritt hier. Okay, über hier. Also, Katharina hat auch Respekt vor dem Wasser. Hat sie schon direkt angekündigt. Aber das muss nichts heißen, ne? Sie kann da jetzt auch reinhopsen und das richtig toll machen. Das ist ein großes Geheimnis. Bevor du deinen finalen Lachen hast, mach zwei Lachen. Bevor ich in diesen Tank gestiegen bin, dachte ich, oh Gott, Mama, Hilfe. Ich hatte solche Angst. Wirklich. Ich bin nicht ein Gefühl. Ich bin nicht ein Gefühl. Batterien ist so eine Liebe. Okay, I'm afraid that I swallow. Macht sich Sorgen. Es dauert bei ihr ein bisschen was länger, aber ich glaube, jetzt wachst sie es. Oh, sorry. Okay. Es hat noch einen guten Zuspruch bekommen hier von unserem Ray. Und schon stiefelt sie rein hier. Ich habe einfach nur dieses Becken, dieses Wasser gesehen. Und jetzt muss ich da runter und habe keine Luft mehr. Muss da performen. Oh, Katharina, Katharina. Oh, nee. Obwohl es geht. Bewegungen sind sehr hektisch. Oh, wo ist das Zug? Wie war die erste Runde? Wie war es? Also, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Erst mal, wenn ich runterziehe und meine Beine. Aber okay, jetzt erst mal zum Reinkommen. Das ist gut, wenn man erst mal eine Runde so hinter sich hat. Dann weiß man, wie es so ist. Ja, ja. Aber die Angst sinkt natürlich, wenn man einmal... Aber die ist jetzt ein kleines bisschen weg, oder? Deine Angst. Okay. 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 Oh, hier kommt sie. Nee. Oh. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, eben das Abtauchen. Also runterkommen unter Wasser. Das war wie so ein Insekt. Habe ich mich da irgendwie runtergeprügelt. Oh. It's not easy for to get down. There are so a lot of bubbles coming out. Wie geht's hier? Gut. Also, okay. Können wir irgendwas machen, dass du nicht so viele Blubberblasen, dass du nicht so viel Luft rauslässt? Ja. Ja. You don't have to use much energy, but you can exhale slightly. And hold your breath, exhale slightly. You know what I mean? Like, don't go... Exhale a little. Exhale a little. Ja, ja. And then hold. And you'll find that the bubble thing just stops. And then you'll come up and exhale. You're only this... Okay, so... Sorry. I go down in my pose. Dann lässt du die Luft raus? Ja. Und dann einfach bleiben und hoch. Ja. Ja. Schwierig. Das Gesicht, Unterrasse... Ja. Man merkt, sie kämpft heute. Es ist heute nicht ganz so einfach für sie. Also, es läuft wohl schwieriger bei mir als bei den anderen. Ist natürlich, ja, belastend. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch gut ausbessern kann. Oh, das Gesicht. Ah, ah. Ja, ja, ja. Okay. Was besser? Nein, der Warm-up war großartig. Jetzt werden wir ihn schießen. Also, wenn du fühlst, dass du bereit bist... Ich bin verrückt. Du bist fertig. Ah! Ich war schon erleichtert. So, okay. Jetzt hat keiner den Witz nur gemacht. Nein, du kannst raus. Danke dir. Du mit deinen Witzen. Du so, ja, das war immer nur ein Probedurchgang. Okay. Okay. Ich bin so dankbar, dass ich das hinter mir habe. Die Kritik war, dass halt aus meinem Mund wohl Luftblasen kamen. Ich weiß nicht, ob da jetzt was dabei ist direkt. Also, sie hat mir kein Feedback gegeben. Halt nur ein Kritikpunkt wurde halt genannt. Aber es war also Schwierigkeit für mich persönlich war wirklich dieses Runtergehen. Also, bis ich... Ich habe super viel Kraft und Zeit verloren, während ich runtergegangen bin. Weil klar, wäre es besser einfach unten. Los geht's. Performance, ne? Ja. Natürlich habe ich jetzt etwas Sorge, weil die anderen Models haben ja echt gutes Feedback bekommen, kamen zurück und meinten, das lief richtig gut. Ähm, ja, ich kann nicht mit diesem Feedback zurückkommen ins Backstage. Deswegen hat man natürlich so, jetzt weiß man, dass ich nicht zu den Guten gehöre. Ausatmen. Besonders. Äh.